An alle Zuschauer und Zuschauerinnen von SabrinaTV Channel 1, wir haben eine E-Mail über unsere Firmen-E-Mail-Adresse erhalten, dass irgendjemand sein Unwesen treibt mit unseren Darstellungen Videos, benutzt unseren Namen und unsere E-Mail-Adresse und so kann es natürlich nicht gehen. Wir weisen deutlich darauf hin, in aller Deutlichkeit, sollte jemand unsere Videos vermarkten oder verkaufen, ohne unsere Zustimmung oder ohne unsere Genehmigung, so droht ihm eine Strafanzeige und eine Zurückverfolgung durch seine IP-Adresse und seine E-Mail-Adresse. Wir werden es in keinster Weise dulden, dass unsere Videos kopiert werden und unsere Markenrechte missbraucht werden. Die Täter können sich auf eine harte Strafe seitens der Polizeibehörden einstellen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen.